Ich begrüße euch zur sechsten Sendung und dieses Mal gibt es ein Apple-Special, denn wie ihr inzwischen sicher mitbekommen habt, hat Apple letzte Woche einiges auf der Keynote vorgestellt. Ich will also gar nicht lange um den heißen Brei herumreden und würde sagen, wir können nach dem Intro loslegen. Auf der Keynote am vergangenen Dienstag in San Francisco hat Apple nicht nur eine neue Version von iTunes vorgestellt, sondern auch das langersehnte iPhone 5. Optisch hat es sich nicht groß verändert, auch wenn die Rückseite etwas anders aussieht. Mit einem 4-Zoll-Display hat Apple jedoch den Wünschen vieler entsprochen und bietet nun auch die Möglichkeit, fünf Reihen mit Apps zu füllen. Ein neuer A6-Chip wurde in das Smartphone verbaut, welcher nun für eine schnelle Leistung und weniger Batterieverbrauch sorgt. Ansonsten hat das neue iPhone alles, was das iPhone 4s auch hatte. Also beispielsweise ein Retina-Display, eine 8-Megapixel-Kamera, Siri und und und. Was vielen iPhone-Nutzern sehr entgegenkommt, ist die Möglichkeit, nun LTE nutzen zu können, was jedoch in einigen Ländern nur beschränkt möglich sein wird. Apple hat auch den Anschluss des iPhones verändert und somit die Gerüchte bestätigt. Statt dem bekannten Dock-Connector gibt es nun einen kleineren Lightning-Anschluss, der vor allem Platz für einen größeren Akku gemacht hat und die Besonderheit aufweist, dass man ihn beidseitig nutzen kann. Das Smartphone ist ab 21. September im Handel erhältlich, kann aber bereits vorbestellt werden. Zur Auswahl steht es in schwarz und weiß und kostet in der 16-Gigabyte-Version 679 Euro. Doch nicht nur das iPhone hat ein Update erhalten, auch der iPod Touch, Nano und Shuffle wurden neu aufgelegt. Gleich ist allen die neue Farbenvielfalt, denn Apple hat hier mächtig in der Trommel gerührt und einen kleinen Fruchtsalat gezaubert. Der iPod Shuffle wurde nicht weiter verändert und auch beim iPod Touch hat sich nicht allzu viel getan, doch auch er kommt nun mit einem 4-Zoll-Retina-Display, einer verbesserten Kamera und einem neuen Chip daher. Neu sind auch die Kopfhörer, die Apple sehr stark an das menschliche Ohr angepasst hat und welche sogar die Luftzirkulation innerhalb der Kopfhörer ermöglichen. Der iPod Nano wurde wohl am stärksten überholt, was sich allein durch das neue Design erkenntlich macht. Er ist nun erheblich größer und bereits mit Radio, Bluetooth, Schrittzähler und Co. ausgestattet. Den iPod Shuffle gibt es ab 49 Euro, den Nano ab 169 Euro und den neuen iPod Touch ab 209 Euro. Passend zum Verkaufsstart des iPhone 5 wird nun auch der erste Apple Store in Baden-Württemberg seine Tore öffnen. Im Bräuningerland in Sindelfingen können Kunden also ab Freitag nicht nur ein Eröffnungst-T-Shirt abstauben, sondern sich auch gleich mit dem neuen iPhone oder weiteren Apple-Produkten eindecken. Der Patentstreit zwischen Apple und Samsung hat seine Spuren hinterlassen und so wirbt das koreanische Unternehmen nun offen gegen das neue iPhone. Mit einem Plakat, das das Galaxy S3 direkt mit dem iPhone 5 vergleicht, scheint das brandneue Smartphone tatsächlich schlechter abzuschneiden. Allerdings gehört das S3 auch zu den Smartphones, die laut Gerichtsurteil gegen die Patente von Apple verstoßen und so ist diese Werbung zwar interessant, allerdings bietet sie keine Kaufalternative an. Auch interessant waren einige Artikel, die kurz nach Bekanntgabe des neuen iPod Nanos im Internet kursierten. So solle der neue iPod Nano eine Kopie des Nokia Lumia 900 sein und ich muss zugeben, dass an dieser Behauptung durchaus etwas dran sein könnte. Doch hier tauchte ein interessantes Foto auf, das diese Behauptung zwar nicht gänzlich unglaubwürdig macht, aber dennoch ein Lächeln auf die Lippen der Apple-Freunde zaubern dürfte. In Wahrheit soll demnach Nokia von Apple kopiert haben. Das ist natürlich schwer möglich, da das Smartphone von Nokia bereits auf dem Markt war, als der neue iPod Nano vorgestellt wurde, aber dennoch ist es eine nette Abwechslung und eine interessante Überlegung. Erneut gibt es ein animiertes Video der Woche. Wer schon einmal ein paar Tipps an einen Computeranfänger gerichtet hat, der wird das Video vollkommen nachvollziehen können. Wer nicht, nur noch ihr werdet Spaß daran finden. Der Film handelt von einem Herrn, der sich die Musik seines Idols herunterladen möchte und leider mehrere Monate warten muss, bis all die Lieder auf seiner CD sind. Eine nette Idee, die einmal mehr zeigt, dass es eben nicht nur Menschen gibt, die sich mit Technik sehr gut auskennen, sondern eben auch solche, die nicht den blassesten Schimmer davon haben. Schutzhüllen für das iPhone gibt es ja sehr viele und mindestens so variabel sind auch deren Designs. Wer aber gerne unterschiedliche Cover nutzen möchte, der hat meist wenig Lust, ständig das Case zu wechseln, um dem Smartphone einen neuen Look zu verpassen. Das Doodle Case für das iPhone 4 und 4S lässt dem Nutzer da sehr viel Spielraum, denn das Case kann mit einem speziellen Stift nach Lust und Laune bemalt werden und passt sie so der jeweiligen Situation und Stimmung an. Leider bleibt es allerdings bei einem Schwarz-Weiß-Case, denn die Hülle ist in erster Linie weiß und wird leider nur mit einem schwarzen Stift ausgeliefert. Der Spaß kostet knapp 20 Euro und ist bei sowas will ich auch erhältlich. Heute gibt es kein Video in dieser Kategorie, da ich leider keines gefunden habe und nicht über die nötige Hardware verfüge, um es selbst zu drehen. Seit iOS 5 hat man am iPad die Möglichkeit, die Tastatur zu teilen und somit das iPad bequem in der Hand zu halten und nur mit den Daumen statt mit allen Fingern zu tippen. Doch es gibt viele Menschen, die gerade die Tasten, die eigentlich in der Mitte der Tastatur liegen, nicht unbedingt mit der Hand benutzen, die das iPad vorsieht. Hier darf man sich einem kleinen Trick bedienen, denn obwohl diese Tasten zwar nur auf einer Hälfte der Tastatur angezeigt werden, kann man sie auch auf der anderen Hälfte vorfinden. Wer nämlich einfach eine imaginäre Reihe neben die eigentlichen Tasten setzt und diese antippt, wird schnell merken, dass dort ebenfalls die Tasten sind, die sich auf der jeweils anderen Seite befinden. Diese unsichtbare Tastatur dürfte also so manchem das Schreiben erleichtern und eine Umgewöhnung ersparen. Ohne Lotto-Vorhersage verabschiede ich mich auch schon wieder von euch mit einem Tweet der Woche, der noch aus der Zeit vor dem iPhone 5 stammt, denn auch Prunio hat sich so seine Gedanken dazu gemacht, was das neue Smartphone wohl bringen wird. Macht's gut, auf bald und bis wiedersehen. Angenommen das iPhone 5 wird doppelt so schnell, dauern dann die Gespräche mit meiner Mutter nur noch halb so lange?